Wenn du dich schon wieder vorprogrammiert hast und dich aufregt entnommen Ist der Ball irgendwie kleiner? Hehehe Hehehe Ehhh Schöke Schöke Na ja Ja Ich hab die Stachel dafür nicht mehr gefasst Fisch dich Hä? Hä? Meine Güte Hä? Kann's aber die Shut Verstehe den Handschuh nicht Ich verstehe den Handschuh nicht Ah, die sind jetzt ab, diese Boxen schon. Ja, warum kann ich die nicht vom Stachel wegschlagen? Wenn ich Stachel habe, geht das irgendwie. Ja, ja, wenn man selbst einen Stachel hat, dann kann ja jeder einen wegschlagen. Das ist immer so. Ich wurde ja auch gerade aufgehalten. Ich hatte einen Stachel und dann wurde ich aufgehalten. Ja. Das ist auch nicht. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Natürlich ist er wieder zu hoch. Warum heilen alle diese Stachel? Warum schluckt der eine den dahin? Ach, ey. Schon wieder an die Stachel. Keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich hat er irgendwie wieder... Ach, keine Ahnung. Ich hatte die Chance, das Toru zu machen in den ersten 10 Sekunden. Ich habe schon wieder einen Nachfragen. Haha. Es ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, oder? Ach ja! Okay. Was ist das? Oh. 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 Das war mal wieder knapp da gerade. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich einen Rang habe. Guck mal, dass ich einen Rang habe. Ja. Ach so, wieder Körner. Jo. Joa. Cool. Joa. Joa. Warum ist das denn jetzt kein perfektes Tor? Ach so, weil er da in die Wand. Okay. 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 Jetzt. Okay. Ah, man, 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 man. Okay. natürlich geht der Eimer rüber oh nein ich glaube der Eimer ist ein bisschen Ja, nein. Okay. Oh Keine Kamera Nee Okay. Da kam ein Ball plötzlich entgegen. Oh man! Wie geht der auf unser Tor? Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe den doch voll berührt. Hä? Warum fliegt der nach hinten, wenn ich den berühre? Also, wenn ich ja von der Seite komme, ist es ja eigentlich nicht möglich. Oh, keine Ahnung. Okay. 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 Ich hab' dich gar nicht gesehen. Ich hab' dich auch nicht gesehen. Ich hab' dich gar nicht gesehen. Ich hab' dich gar nicht gesehen. Guck mal, der hat ein sauberes Tor gemacht. Ja, das ist schön für ihn. Das war ihr Gegner. Ja, ich hab' mich ganz verstanden. Ich hab' dich gar nicht gesehen. 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 Kürbis ist scheiße.